Zwei Stück-Esserin Eigentlich ist es seins, aber ich müsste es schaffen können. Im Prinzip bin ich der Einzige, dem es zusteht. Drei Stücke und er starrt schon aufs Vierte. Kein Wunder, dass er so fett ist. Aber das steht dir zu, Noppelchen. Oh Gott, er hat Blickkontakt mit dem Stück aufgenommen. Ich muss schneller sein und es mir schnappen. Oho, das ist also deine Taktik. Oh nein, Sie machen schon wieder Wettschlingen um das letzte Stück. Ich bin zwar satt, aber den Spaß lasse ich mir nicht entgehen.